Stefan, du hast doch schon Geld. Jetzt mach doch mal Piano. Das heißt nicht, du sollst ein Klavier aufbauen. Ja, für den BVB kannst du singen. Tausendmal probiert. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend Chancen in Bochum gehabt und der Haaland hat nichts gebracht. Meisterschaft entschieden. Geil BVB. Und beim Bellingham ist es so, dass der Fahre den mittlerweile auch schon hasst. Dass da passives Abseits wird einfach ab. Alles wird jetzt abgefiefen. Meine Fresse, ey. Da steht an der Seitenlinie Alexander Zickler. Ich hab gedacht, wer ist das denn? Weil der Rose ja gesperrt. Den Zickler kenn ich doch aus dem Panini-Album vom 92, 93. Da war der noch Stürmer bei Bayern. Ja, Mann. Hast du wieder Kekse gebacken? Ja? Schön mit dem Ausstechwörmchen in den Milchschnitte, ne? Ja, Julian Nagelsmann hat ja Anfang der Woche gesagt, man muss Meinungen zulassen, sonst gibt es bald keine mehr. Hat man ja gesehen. Auf der Jahreshauptversammlung der Bayern hat gut geklappt. Ich wünsche, man muss ja Meinungen haben, akzeptieren und auch mal umsetzen. Ich muss mit meinen Jungs... Stefan! Von meinen Jungs, ne? Muss ich mit keinem diskutieren wegen Impfen. Ich hab gesagt, wenn ihr das nicht macht, ist kein Problem. Machen wir Trainingslager in Frankfurt am Main. Und dann joggt ihr einmal durchs Bahnhofsviertel und dann ist das mit dem Impfen erledigt. Meine Meinung ist ja, ne? Der Bundesliga-Zirkus, dieser milliardenschwere, hat eine Vorbildfunktion für ganz Deutschland. Die Manege war bisher noch nie dicht. Da gibt's so Idioten wie in Bremen und Gladbach, die fälschen Impfausweise. Oder andere, die kämpfen jetzt mit Long-Covid-Folgen, weil sie gesagt haben, nö, impfen wir erstmal... Ich mein, ich will ja, dass der Kimmich auch irgendwie wieder gesund wird, ne? Irgendwann wird das... Aber das wird jetzt erstmal eng. Bei dem Kimmich hatte ich das Gefühl, der hat genauso viel drauf wie mein Kevin. Kevin! Also hier oben. Den Kimmich setzen sie demnächst auch an der Allianz Arena, einen Ticketschalter. Dann verkauft er Tickets für Geisterspiele, gibt aber 20% drauf, weil er ja selbst mit dran schuld ist, dass sie stattfinden. Patrick, willst du mal meinen Ratgeber lesen? Aber wie der heißt, reiß dich mal zusammen, du Lappen! Männer, die meisten Blindgänger, ne? Die schlummern nicht im Boden. Die meisten Blindgänger, die laufen hier bei mir auf dem Platz rum. Und bei Gladbach, da sind die Fohlen momentan noch nicht immer geeignet zum Ponyreiten. 14 Gegentreffer in drei Spielen. Da hast du den Sommer im Tor, merkst aber, oh kacke, ist Dezember, Winter is coming. Der Eberl sucht sich schon wieder einen ruhigen Platz in den Bergen. Kleiner Tipp, Eberl, wenn du einen ruhigen Platz suchst, die haben jetzt so eine Hütte auf dem Mount Everest. Kannst du ja chillen ohne Sauerstoff. Da hast du nach vier Minuten noch genauso viel Luft wie deine Jungs auf dem Platz. Und am Mittwoch kommt Frankfurt nach Gladbach, geil. Dann heißt es statt Adi-Hütter, Ade-Hütter. Ich will gleich mitgehen, ey. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der ist letztens mit einer Bratwurst alleine zum Tierarzt gegangen und hat gefragt, können wir da noch was retten? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.